Oh mein Gott! Wuuuuh! 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 Sag mal nicht, das ist die legendäre... Das ist der legendäre. Axcalibur-Spitzakel. Das ist die. Oh man, das blutet sogar. Ich glaub ich hab meine Hand gebrochen. Oh Ruby, checka! Lacka, lacka, lacka! Alles klar, Digga. Spaß, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar vielen, vielen lieben Dank, dass das gästige Video so gut angekommen ist. Danke für die ganzen Likes und für die Kommentare und wenn ihr vielleicht neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch sehr gerne ein Teil meiner Community werden und einfach ein Abo dalassen, ganz wichtig die Glocke aktivieren, weil ich werde jetzt auf jeden Fall mit diesen Videos durchziehen und heute werden wir auf jeden Fall was richtig krasses starten, denn ich hab gehört, dass es in diesem Wald, wo wir grad sind, willst du das mal ein bisschen filmen? Genau, in diesem Wald soll es so einen OG-Clan geben und die nehmen nur ganz bestimmte auserwählte Menschen in den Clan rein. Ich werde heute versuchen in diesen Clan reinzukommen als quasi No-Skin, als Unerfahrener und ich bin echt gespannt, ob diese OG-Skins mich reinnehmen, weil mit dabei sind halt so Renegade-Radier, Ghoultroopers, Cooltrooper, das sind so richtig krasse Leute, die in Fortnite richtig gut sind. Mal gucken, ob ich in den Clan von denen komme. Ansonsten, ey, wir suchen die jetzt einfach mal ein bisschen, okay? Komm mal mit. Ich hab halt gehört, dass die sich irgendwo im Wald hier verstecken. Gib mal kurz die Kamera, ich will mal kurz gucken. Warte, wir müssen mal kurz suchen, wo könnten die denn sein? Also da sind sie noch nicht. Warte mal, warte mal, siehst du die? Warte, siehst du die da vorne? Ey, da sind die, da sind die, da sind die, da sind die einfach. Sind die so OG-Skins, Alter. Krass, oder Schatz? Sehr ehrlich, oder? Ja. Guck mal, ey, das ist zu krass. Ich hoffe, ich komm bei denen rein. Die sehen halt irgendwie auch. Ey, du Däumten! Jo, was geht? Komm her, im Gelände! Raus aus dem Geld, komm her! Ey, die reagieren voll krass, Mann. Ey, komm schnell, komm, 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 komm. Ich komm, ich glaub, wenn ich da jetzt nicht hingehe, die werden dann angepisst sein und greifen mich an oder so. Ja, was geht, hallo? Ey, komm her, hast du Waffen dabei? Ne, ich hab keine Waffen dabei. Komm her, wir müssen schon besuchen. Die Streppe, was sie schon auf dich gerichtet. Keine schlimmen Bewegungen. Ganz vorsichtig. Arme hoch, Arme hoch, Arme hoch. Komm, 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 komm. Ey, die rasten grad komplett aus, weil ich hier in dem Gebiet, in deren Gebiet bin. Ich geh jetzt einfach mal zu denen, mal gucken, was die dann sagen. Soll ich lieber einen Stock nehmen, weil sie mich angreifen oder das? Okay, Freunde, ich hab jetzt hier einen Stock. Ich hoffe, ich kann jetzt irgendwie damit irgendwas bewirken. Die schauen mich schon so komisch an. Ey, komm mit, komm, 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 komm. Ey, komm da raus! Versteck dich nicht! Komm da raus! Ey, ähm... Waffe weg! Ey, stopp, stopp, stopp! Ich möchte nichts Böses! Waffe erst weg! Ich möchte nichts Böses! Ich würde nur gerne in euren Clan rein. Nein, ich hab gesehen... Kontrolle! Erstmal die Kontrolle! Bevor du zu unserem School Trooper gehst! Kontrollieren, Navris! Ja! Naikos, kontrollieren! Arme auseinander! Beine auseinander! Er ist sicher! Erst du! Und mit Arm hinter den Rücken! Was willst du hier? Ey, ich rufe gerne in euren Clan rein. Ist das in Ordnung? Wie heißt du? Ich heiß, äh... No-Skin, I'm Nathis! Haha! No-Skin kann gar nicht reden, weil... Bist du ein No-Skin, Alter? No-Skin? Ein No-Skin-Kundraunt? Ich hab auch andere Skins! Ich hab richtig gute Skins! Ich kann euch die zeigen... Es ist ein No-Skin, der kann geil sein! Ich bin euch mal meine Fähigkeiten zeigen. Ich kann zum Beispiel den hier... Das ist ja kaum die Scheiße, Junge! Digga, du bist ein No-Skin! Du hast gar nichts zu suchen, Mann! Jungs, bitte! Verpiss! Ich kann auch den hier! Du hast unseren Altführer nicht mal sehen! Digga, verpiss dich! Ey, Bro, kannst du nichts zu suchen! Ich bin wirklich gut, Mann! Geh hier weg! Ich bin gar kein No-Skin! Ich bin gar kein No-Skin! Ich bin gar kein No-Skin! Das war ein Frank, Digga! Ich bin eigentlich OG School Trooper! Was laberst du als OG School Trooper? Ja, aber ich habe auch noch einen! Es ist der erste OG School Trooper in unserer Stadt! Erste Nummer eins! Aber ich bin Nummer zwei! Es gibt keinen zweiten! Wir müssen zu unserem Meister gehen, nochmal! Okay, okay! Und keine Pranks mehr! Nein, das ist kein Prank, wirklich! Ich will zu gerne in einen neuen Klang kommen! Warte kurz! Entschuldigung! Entschuldigung! Geh auf die Klier! Entschuldigung! Ey, es tut mir leid, Mann! Küss meinen Schuh! Aber das ist doch voll übertrieben, Digga! Küss deinen Schuh! Okay, okay, okay! Okay! Mashallah Nike's, ne? OG School Trooper Nike! Fass ihn bitte nicht so an, okay? Es tut mir leid! Okay! Wenn er sagt, er ist OG School Trooper, dann mach den Test, Digga! Ja, mach den Test! Nur einer von uns! Es kann keiner dieses Schwert rausziehen! Außer unser Anführer! Diese Spitzhacke! Es hat noch niemand geschafft! Nur unser Anführer konnte es leicht bewegen! Warte, wenn ich es jetzt rausziehen kann, dann bin ich in eurem Clan! Dann musst du sowas von unserem Clan werden! Aber du hast es so oder so nicht geschafft, Digga! Ganz kurz, ganz kurz! Ich muss kurz Pipi machen! Ist das in Ordnung? Ja, mach aber schnell! Komm, schau mal! So lächerlich! Ey, was soll ich machen? Weiß ich nicht! Also das Ding ist, ich sag euch ehrlich, Freunde, die erwarten von mir viel zu viel! Diese Erwartung, die ist einfach viel zu krass! Die sagen, ich soll irgendwas hochziehen und so! Ich geb jetzt mein Bestes! Die sind voll cringe, Alter! Dieser Clan! Ich hab echt das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dass sie mich dann schlagen und so! Weißt du, die sind voll die Idioten! Die schreien einfach so rum und so! Ich glaub, die leben sogar im Wald! Voll die krassen OGs! Der eine heißt Renegade! Der eine heißt Kall! Der eine, keine Ahnung, ich geb jetzt auf jeden Fall mein Bestes! Ich sag, ich hab kurz gepisst! Okay, ey Jungs! Ich bin bereit! Bereit? Ja! Du wirst es so oder so nicht schaffen, Digga! Du hast keine Chance! Okay! Okay, jetzt schau fest! Schaffst du es so oder so nicht, Digga! Zieh! Schaffst du es niemals! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du bist hier in der Richtung! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, ich hab's einfach geschafft. Ich bin der OG-Schooltrooper. Ey, ich bin jetzt die Nummer 1. Kommt her. Ihr müsst euch alle hinknien jetzt vor mir, okay? Habt ihr verstanden? Kommt jetzt her, Mann. Seht euch noch alle. Setzt euch hin. Setzt euch auf den Boden hin. Habt ihr verstanden? Ey, ich hätte nicht gedacht, dass ihr es schafft. Wartet ihr? Seid krass, oder was? Ich kann das hier alles bewegen. Ich kann sogar den Stein, in dem das drin war. Oh mein Gott! Wie hast du das geschafft? Ich bin OG-Schooltrooper. Man nennt mich auch Ex-Natus und dann dieser Smiley. Ich hab jetzt einen Plan. Wenn ihr in meinem Plan kommen wollt, dann müsst ihr mich besiegen in einem 101-Ex-Spitzhacken-Duell. Okay, unser Anführer. Ja, unser Anführer wird dich besiegen. Unser Anführer wird dich besiegen. Unser OG-Schooltrooper, der einzig Wahre. Okay, okay. Du kriegst sogar die größere Spitzhacke hier. Kommt, du wirst es schaffen. OG-Schooltrooper. Die sind so dumm, Alter. Ich hab die so richtig eingeschüchtert. Die denken, ich bin wirklich Schooltrooper im Endeffekt. Ich hab nicht mal eins kennet. Ich versuch jetzt die richtig so auseinander zu nehmen. Die sind jetzt voll meine Freunde und so. Ich frag dann gleich nach wie back's. Okay, komm. Hey Jungs, ich werde ihn von hinten angreifen, okay? Wir werden von hinten angreifen. Wir werden von hinten angreifen. In 3, 2, 1, go! Attacke! 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 Ich hab ihn! 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 Next up, jetzt zur Verfügung. Alter, ich muss den einfach, wie kann ich die beeindrucken, bitte? Ich gebe dir meinen Account einfach. Den Renegade. Ja, warte, warte. Das sind die OG Renegade Traitor Daten. Wieso sind die aber auf einem Stock? Weil das sicher ist, kommt keiner drauf. Okay, 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 okay. Dann, wenn ich dann gleich einkämpfe, ich setze das da ein, dann kommst du einen Renegade Traitor. Ja, irgendwie Pokémon. Ja, Mann. Schau mal, wie die dich freuen. Was ist los mit denen, ey? Ich verstehe das gar nicht. Alter, entspannt euch. Entspannt euch, entspannt euch. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da, aber ohne BH. Ey, was soll ich jetzt was sagen? Ihr habt mich richtig erniedrigt. Du bist der Schooltrooper, aber ich doch auch. Wir müssen uns jetzt nochmal kämpfen. Es kann nur einen geben. Es gibt nur einen. Es gibt aber einen Skin, der war vorher als Schooltrooper da. Welcher? Soll ich euch den mal zeigen? Nein. Renegade Traitor. Und das bin ich. Boom. Du bist, ey, ich bin der Sohn. Fass mich nicht an. Aber... Hä, hä, Digga, hä? Hä, ich dachte, das waren deine Account-Daten. Waren es doch auch. Ist das Renegade? Bruder, ich habe sie gescanpt. Ich habe sie belaufen. Ey, wir müssen deinen Account zurückholen, Mann. Ey, Digga, gib dir einen Account zurück, Mann. Digga, na, vor mich, ich war ein 1 gegen 1. Ja, du schaffst ein Spitzhacken-Duell. Okay, komm, du musst verlieren. Spitzhacken-Duell. Ich bin da die schlechte Spitzhacke. Ich benutze hier die Sternen-Spitzhacke aus dem Item-Shop. Den habe ich übrigens mit einem Native-Grade-Account gekauft für 1.200 V-Bucks. Nein, nein, du schaffst es. Renegade, du baust es. Alles gut, du baust es. Mach ich weiter. Okay, okay. Lass mich in Ruhe, bitte. Ich will nicht mehr in euren Clan rein, bitte. Kommst auch nicht in unseren Clan. Alles gut bei dir? Ja, danke. Es ist wie in der Ski. Ey, wir müssen jetzt hier weg, oder? Ja. Was sollen wir machen? Ja, wach ab. Ich habe Angst, Mann. Ich will hier aber noch einmal angreifen. Ganz ehrlich. Nein, mit deiner Geheimwaffe. Mit deiner Geheimwaffe, ne? Ja, mit deiner Geheimwaffe. Bist du bereit dafür? Bist du bereit für deine Geheimwaffe? Soll ich sie dir geben? Ja, gib sie. Bitte, bitte. Bist du wirklich bereit dafür? Ja, oh mein Gott. Sag mir nicht, das ist die legendäre... Das ist der legendäre... ...Axcalibur-Spitzhacke. Das ist die. Oh mein Gott. Schaut euch sie mal an, wie wunderschön. Aber weißt du, was du machen kannst? Was denn? Als Rahal kannst du ihren Base kaputt machen. Ganz ehrlich, ich mache jetzt alles von denen kaputt, Freunde. Die schlafen hier, die machen hier alles. Ey, Digger, das kann doch nicht sein. Vielleicht sehen sie das und haben dann Respekt vor dir oder so. Ja, Mann, wenn die das sehen und Respekt vor mir haben, das wäre das Beste, Digger. Ey, die kommt. Die kommt schnell. Lass abkommen. Ey, ihr habt jetzt gefälligst Respekt vor mir. Das sind meine Kinder drin. Nein, unser Haus. Ey, Junge, noch Hilfe. Noch Hilfe. Wir werden uns niemals in Knie. Knie euch hin. Dann dürft ihr meine Augen gut fahren, habt ihr verstanden? Knie euch hin, Mann. Wir sind 3 gegen 1. Gib auf, gib auf, wir haben keine Chance. Knie dich hin, hast du verstanden? Knie dich jetzt sofort hin, Junge. Ich bin der Vater von euch. Ihr seid meine Kinder. Habt ihr verstanden? Ihr seid meine Kinder. Ich habe sehr lange auf diesen Moment gewartet. Und die werden jetzt auf jeden Fall... Ey, hört mir zu. Wir werden einen Scammer-Clan. Es ist nur ein Roboter. Es ist nur ein Roboter. Es tut so weh, was soll ich machen? Ich glaube, wir sollten gehen, oder? Ja. Komm, lass gehen. Ich habe keine Lust mehr, Mann. Ich wurde richtig verarscht von denen. Bis ich dachte, ich komme wirklich in den Clan rein. Schaut mir, was ich mit mir zugefügt habe. Hier, das tut so richtig weh. Oh, Mann. Das blutet sogar. Ich glaube, ich habe meine Hand gebrochen. Ich sage euch ehrlich, dieser Clan ist richtig dumm. Ich muss mir Verstärkung holen. Vielleicht so 3-4 No-Skins. Und dann überraschen wir die in der Schule bei denen. Weil die sind richtig krass. Ich komme gar nicht voran. Deswegen, Freunde, ihr müsst mir wirklich helfen, was ich jetzt machen soll. Was denkst du, was kann ich machen? Ähm, 101 gegen die. 101 gegen die in Fortnite, ne? Ja. Ja, Mann, Freunde, ich werde jetzt auf jeden Fall die in 101 in einem Fortnite-Video auffordern, gegen mich ein 101 zu machen. Und falls ihr das unbedingt sehen wollt, dann aktiviert die Glocke. Abonniert den Kanal und lasst jetzt unbedingt einen Like da. Denn bei 5000 Likes kommt das Video mit den OG-Skins. Wir werden jetzt richtig durch... Warte, was ist los? Was ist los? Was? Push dein Insta. Die Fortleitung folgt. Achso, ein Like für ein weiteres Video. Freunde, 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 Freunde. Der eine OG-Skin, der meinte irgendwie, ich soll ihnen auf Insta folgen. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Auf Insta sollen die dir folgen, oder was? Alle auf Insta folgen. Wie heißt du nochmal? Sagst du mir. Wie heißt du nochmal? Ich weiß nicht, wie du heißt. Sagst du mir. Fabian.nbg. Fabian.nbg müsst ihr unbedingt folgen. Aber dann gibt es ein Duell zwischen uns, oder? Ja. Ein 101. Also, Freunde, wenn ihr das legendäre 101 sehen wollt, dann folgt ihn unbedingt auf Insta. Macht ihn die 1000 Abonnenten voll, das wäre richtig korrekt. Link ist ganz oben in der Beschreibung. Kuss geht raus. Lasst unbedingt Liebe da. Auf Wiedersehen.